Spiel mit mein-gitarren-plus.de Das Format für Gitarrenanfänger. Du hast noch keine Gitarre? Na dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich ein paar Empfehlungen verlinkt. In diesem Video lernst du den Akkord D-Moll. Versuche immer auf den ersten Schlag in jedem Takt deinen gelernten Akkord anzuschlagen. Die Geschwindigkeit wird sich im Laufe des Videos erhöhen. Lege deinen Mittelfinger mit der Fingerkuppe auf den zweiten Bund der G-Seite. Den Ringfinger legst du mit der Fingerkuppe auf den dritten Bund der B-Seite. Und deinen Zeigefinger legst du auf den ersten Bund der E-Seite. Achte darauf, dass dein Ringfinger die hohe E-Seite nicht berührt, damit diese frei schwingen kann. Lasse deinen Daumen unbedingt hinter deinem Griffbrett. Dieser ist wichtig für den Widerstand. Spiel mit und schlage deine Saiten mit dem Daumen deiner Anschlagshand von der vierten bis zur ersten Saite mit mir gemeinsam zum Rhythmus an. Spiel mit dem D-Dude. Didn schlage heraus. REE lar sind d Musik 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 Abonniere dieses kostenlose Format und verpasse keine Übung oder lerne gleich auf meingitarrenkurs.de mit einem echten Lehrer ganz einfach online in bester Qualität. Vielen Dank.